Hallo und herzlich willkommen bei Pilates und Friends. Mein Name ist Stefanie Rahn und bei mir sind die Kerstin und die Silke. Und wir werden jetzt loslegen mit einer kleinen Einheit Mobility. Dann oben bleiben, zur Seite neigen, lass das Becken und die Füße wo sie sind und zurück, andere Seite. Neig und bieg zur Seite, einmal mehr. Hände überkreuzen und öffne und wieder zurück. Nochmal rüber, merkt ihr, dass auch hier die Beininnenseite sich dann ein bisschen mehr aufdehnt, wenn du drehst, noch einmal hier rüber. Bein zieht Richtung Ferse und rollt hierüber. Hier nehmt die Einatmung und lasst dich wieder zurückziehen. Wunderbar, ruhig noch einmal. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.